Auf der Mauer, auf der Mauer, sitz der kleine Mann. Ich schaue euch nur, wie man wildig tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Mauer, sitz der kleine Mann. Hallo ihr Mausfreunde zu Hause. Habt ihr erraten, wer da auf der Mauer lauert? Naja, wir geben noch ein paar Tipps. Es gehört zur großen Familie der Insekten. Geht auf sechs Beinen, hat einen Füßen und schläft wie wir gerne in einem Bett. Das ist die Bettwanze. Die leben ja und gut verschlossen, aber die schauen ganz gut genährt aus. Habt ihr die gefüttert? Die werden immer wieder auch von uns gefüttert, richtig. Das heißt, es stellt sich jemand zur Verfügung, der sich die Wanze draufsetzen lässt und an dem sie saugen kann. Möchtet ihr das machen? Machen! Na lieber nicht! Auf der ganzen Welt gibt es ungefähr 40.000 Wanzenacht. Allein in Österreich ca. 900. Sie haben viele verschiedene Farben und Formen. Gemeinsam ist der Wanzen der Saugrüssel. Aber nur die Bettwanze liebt Menschenblut. Die restlichen 39.999 saugen vor allem an Pflanzen oder auch Tieren. Typisch für die Wanzen sind auch ihre Duftdrüsen. Und in großer Ansammlung kann man sie riechen. Sie riechen übrigens ähnlich wie Koriander, der auch Wanzentil genannt wird. Ich habe mit meiner Oma gekostet, das hat viel gut geschmeckt. Die Wanzen haben das, aus welchem Grund haben die Wanzen jetzt diese Duftdrüsen? Bei der andere kommt der, der es gerne mag, der frisst es gerne und da kann er sich leichter verteidigen. Man findet die Wanzen fast überall. Sie können Ozeane besiedeln und sogar übers Wasser laufen. Und viele Wanzenachten können Geräusche erzeugen. Wusstet ihr, dass man ca. 100 Wanzenachten essen kann? Dass aus Bettwanzen ein homöopathisches Mittel hergestellt wird? Dass manche Wanzen erfolgreich in Beschädlingsbekämpfung eingesetzt werden? Dass man Wanzen zur Blutabnahme bei Zootieren und Födi einsetzen kann? Auf jeden Fall sehr vielfältige und interessante Tiere. Oh, apropos, interessant. Da kenne ich noch eine sehr interessante Wanze. Die möchte ich euch demnächst vorstellen. Aber dazu gehen wir ins Theater. Schaut euch nur nicht. Wie die? Ja! 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 Ja!